Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und zwar spielen wir heute mal wieder Forza Horizon 4 Mit meinem goldenen Ferrari, den ich mir damals gemacht habe, schon lange, lange her Und jetzt müssen wir einfach mal gucken, was müssen wir überhaupt noch machen, was haben wir schon gemacht Das haben wir schon alles gemacht, hier sind noch ein paar Strecken Fanrennen, Ischers Taxi Querfeld einrennen Querfeld einrundstücke, wo sind wir denn? Wir sind hier Wie kann man denn, äh, Haus zoomen, Digga Aber gar nicht, doch, hier kann man rein, ah, das ist schon ganz los Ähm, drücke zur Schnellreise, genau, wir können hier teleportieren Wir haben schon sehr, sehr viel gemacht Fanrennen abgeschlossen Saisonmeisterschaft, da weiß ich jetzt auch nicht genau Boah, ich kenne mich gar nicht mehr aus Hier ist irgendwie eine Scheune, die wir finden können Oh, hier unten, Fanrennen, Fanrennen, Fanrennen Wir müssen ja eh alles machen, ne? Ähm Ah, hier ist dieses Top Gear Event Das ist auch geil, wo man dann für Top Gear, so BBC Top Gear für diese Fernsehsendung Sachen machen muss Einflusstafel Warte mal, wo sind wir denn? Wir sind hier unten Das heißt, wir fahren jetzt einfach mal zu irgendwas hier Äh, Route festlegen Und dann rein in Neuäger Naja, die drehen wir mal Jetzt gucken Okay, hier ist eine Bremse Erstmal nochmal gucken Die driftet man nochmal und alles Okay Oh, wirklich geschafft Ah Man könnte gegen den fahren Oh Gott Ich kann das ja gar nicht mehr Erstmal wieder dran gewöhnen Das war knapp Ich weiß gar nicht, bin ich denn immer mit Handbremsen um die Kurven gefahren? Oder reicht es, wenn man so ein bisschen abbremst? Ja, das reicht eigentlich Handbremse Braucht man wahrscheinlich nur bei so scharfen Kurven, die jetzt kommen Ja, ja, hier musste man dann auch noch ein bisschen scharfen Äh, Handbremse So, da bin ich Ach nee, das waren halt schon Ja, Grafik Nicht nur alles auf Ultra, sondern alles extrem Oben rechts sieht ihr schön 130 FPS Und das ist auch volle Pulle Ja, Grafik ist schön Hier mit Schadensmodell da vorne Ja, wir haben jetzt hier verreicht Das ist die Frage natürlich Wir können jetzt nicht Co-Op spielen, weil ich hier online nicht drin bin irgendwie Ich weiß auch nicht warum Da oben seht ihr es zum Akzessieren Irgendwie komme ich online nicht rein Da kommt dann immer ein Fehler Aber ist nicht schön Wir spielen jetzt mal so Nehmen wir in dieser Fall Ah, wir müssen hier unser Offroad-Auto nehmen Und da haben wir nur eins Let's go Noll, Offroad-Rennen mit meinem Offroad-Auto Hä? Was geht hier schon los? Noll No, was ist das Erde denn? Was ist das Erde denn? Was ist das Erde denn? Was ist das Bagger? What the fuck? Ne, das ist so ein Trecker, ne? Kein Bagger Alter Schwung Durch die Wiesen Na, die Grafik ist natürlich nicht schön Äh, muss ich da durchfahren? Geh mal weg da mit deinem Trecker Kusch, kusch Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ja, mach ich nach dem Rennen mal weg. Oh, Alter. Ich muss jetzt mal alle einhören hier. Oh, scheiße. Danke für den kleinen Schubser. Warte mal, ich mach mal kurz die Nachricht weg. Nein, wir spielen jetzt offline. Zack. So. Immer den anderen hinterher. Aber meine Karre, ich muss die echt mal tun oder mir eine neue kaufen für Offroad. Da hab ich einfach nur so eine Standardkarre. Ich hab wenigstens fünfter, sechster. So, die müssen dann natürlich rein. Oh, das hat noch gezählt, ja. Ich muss natürlich immer durch die Tore fahren. So, jetzt muss ich mal ein bisschen rankommen hier. Jetzt wird nicht mehr auf Bremse gedrückt. Jetzt wird Gas gegeben. Ich komm nicht ran an die Vorderen. Ja, das war gut von mir genommen, einen überholt. Scheiße, Mann. Aber ich komm ran, ich komm ran, ich komm und jetzt gebe ich Gas. Jetzt ist der Sprung, man nämlich richtig gut von mir. Weg, 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 komm, komm, komm. Die Uhr nicht noch, da vorne ist gleich das Ziel. Man sieht's unten links auf der Karte. Äh, mit der Checkpoint. Oh, ich bin echt gut zu verändern. Nein, 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 nein. Ja, das ist so der Sieg. Voll! Erster Plotz! Wundert euch nicht über den Namen. Das ist dieser Xbox-Name, den man zugeordnet bekommen hat. Warte mal, X-Ansicht? Die Herausforderung beginnt hier. Der Rest hängt von dir ab. Außer dir fällt eine bessere... Lelega, ah, äh, 120 Kilometer, El Menos, äh, äh, äh. Da hat irgendein Spieler, Joshua Gamer, irgendwas gemacht. Ah, ich krieg da so ein Auto und das muss ich irgendwie... Ah, man kann richtige Events hier selber. Also, ich denke mal, 121 km unter 1 Minute 30 oder so. Irgendwie nicht auf Deutsch. Yo, what the fuck. Rase zum Blitzer und schlage in Geschwindigkeit. Okay, ich fahr direkt falsch. Der Blitzer ist da vorne. Ah, verbleibende Zeit. Eins, äh, Dings. Ah, 1.30 hat man Zeit zum Blitzer. Ja, aber wo ist der Blitzer? Oha, die Karre ist auch krass. 121 kmh. Ich hab natürlich meinen Tarometer ausgestellt. Eigentlich ein bisschen... Oha, auf Schnee oder was? Ach du Kacke. Ich muss natürlich Speed aufnehmen. Ich weiß halt nicht, wann der Blitzer kommt. Ach du Kacke. Alter, wie sich das fährt, Digga. Ich muss natürlich aufpassen. Ah, da vorne ist der Zielort. Also, der Zielort ist weit weg. Ich muss mal meinen Tacho einschalten. Aber egal. Da vorne ist gleich der Blitzer. Jetzt muss ich... Jetzt darf ich nicht mehr bremsen. Ich weiß nicht, wie schnell ich fahre. Oh, nicht da reinfahren. Nein, 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 nein. Schaff ich nicht. Das ist niemals 121. Oder? Doch. Wie schnell bin ich hier gefahren? Hm. Ist ja dumm. Zeig dir nicht mal an. Wenn du eine Herausforderungskarte mit einem Like versiehst, kannst du ihre Bewertung verbessern. Somit schenken sie sich in Super Horizon Super Stream. Ja, liken wir mal. Keine Ahnung. Veranstaltung starten. So, let's go. Boah, das im Regen sieht nice aus. Die Grafik ist schön. So, es geht direkt immer los. LOL. Mein Wagen zieht hier voll ab. Ich muss auch mal gucken, welche Schwierigkeit ich hier so eingestellt habe. Ich will auf jeden Fall noch online spielen, halt gegen andere, nicht nur gegen den Computer. Oh, Alter. Die Grafik ist schon krass. Was ist denn das für ein Auto? Was ist denn das Lego-Auto? Scheiße. Ah Mann, ich schaffe die Kurve, wo ich nicht achte. Nicht mehr bremsen. Nee, das schaffe ich nicht ohne Handbremse. Ich muss doch ein bisschen mit Handbremsen arbeiten. Oh, mein Dings ist abgefallen. Oh, mein Dings ist abgefallen. Oh, mein Dings bringt auch nicht wirklich was. Oh, mein Dings bringt auch nicht wirklich was. Also man muss irgendwie mehr arbeiten. Und das mit der Bremse. Ah, nee. Ah, nee. Nee, ich schaffe mal zu. Die Kurve nicht so hin, wie ich es möchte. Ich nehme sie auch ein bisschen falsch. Ich muss ja nicht von außen nach innen. Ich nehme sie aber gerade ein bisschen kacke. Das überrückt mich in noch gleich. Oh, der ist ja nicht schlecht. Ich habe ihn noch mal ein bisschen besser genommen. Habe ich jetzt einfach mal ein bisschen Gas weggelassen. Nee, keine Chance. Ich kann nicht lenken mit dem Wagen. Oh, scheiße. Tragter Platz. Jetzt überholen die mich ja alle auf einmal. What the fuck? Nee, ich krieg mich hin. Ich kann nicht lenken. Keine Chance. Keine Chance. Zu lenken. Ach, Digga. Mann, Alter. Alle überholen mich noch am Ende. What the fuck? So.